Du, ich schwörize damals mit seinen ASMR-Videos, Alter. So fett und jetzt ist er voll der Lauch, Alter. Digga, guck mal, wie er richtig... Oha, wie er schießt. Holt euch GameSpirit-Server, ist kostenlos. Nee, Alter, ist nicht besser. HDF. Okay, ja, akzeptierter. Siehste, man muss nur mal seine Autorität ausstrahlen. Wart mal, hol du dir erst mal deinen Abschluss. Ach ja, da wird wieder gefrontet. Alter, hier ist das Grundstück von Shandy. Junge, ich kann wenigstens damit fronten. Ich hab ja meinen schon seit über einem Jahr. Ja, ne? Und ich hab meinen schon seit sieben Jahren. Na gut, aber ich hab erfahren, irgendwie mit dem thüringischen BLF-Realschulabschluss, kannst du gar nicht so viel anfangen. Also, du brauchst dann schon das Abitur. Oh, das hab ich ja jetzt auch schon seit vier Jahren. Weil eigentlich war das ja so zu da. Ich hab's drauf gefunden. Die haben ja damals wegen diesem einen Anschlag in der Schule die BLF überhaupt eingeführt in Thüringen. Weil der ist ja schon Nehmung. Ist ja irgendwie freigedreht, weil er in der zwölften Klasse irgendwie das nicht bestanden hat. Und dann hat er gar keinen Abschluss gehabt. Also auch keine Zwischenstufe in der zehnten so. Und das war halt der Grund, warum sie dann reagiert haben. Darf ich die Wolle haben? Na moin. Ach ja, ich wollte hier oben noch diese Lücke schließen. Da ich aber auch nicht genug Erde glaube. Müsste ich nochmal in meine Kisten gucken. Habe ich aber keinen Bock. Deswegen nehme ich das von hier oben. Merkkehmer. Ist es jetzt eigentlich mit meinem Mikro immer noch oder nicht? Nö, nicht mehr so. Okay, nice, ja. Weil in OBS hatte ich gerade kurz den Eindruck, als wär's wieder. Aber es sieht insgesamt wesentlich besser aus als vorhin. Das war ja schlimm. Direkt am Ausschlag erkannt, dass es einfach nur schlimm sein muss. Sickfickthühner, guckt ihn euch an. Wieso, äh, lachst du jetzt? Weil das so ist. Ja, in welche Hühner? Moorhühner? Oder Leshühner? Eigentlich muss man wieder Moorhühner streamen, alter. Das wäre so notwendig. Habe ich zwei Jahre nicht gemacht. Keiner. Wisst ihr, was Sick macht, wenn er sich mit Hühnern trifft? Er macht sich so, 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 Weizen-Samen an die Eier, damit die Hühnern es abkippen. Nein. Dicker Sick hat einen Hund, weißt du was, er macht? Der schnürt sich so hackfällig um den Schwanz mit der Hund seinen Scheiß. Ah, so ist der Hund Sick. Was? Ich hab keinen Hund und ich bin auch keiner. Ich wollte schon sagen, wo es ist, wie mit der Schwule, ich kann das anstrengen. Aber Noah macht das, Digga. Noah macht sich so Viscas Knuspertaschen um die Eier, damit Katzens ablecken. Oh, das ist einer. Hätte man nie gedacht von ihm. Aber auch so richtig, diese Knusper-Knuspertaschen, diese Krispies extra. Knuspertoast. Dann Ferdifuchs. Der Weid brennt, der Weid brennt. Duol. Digga, ein Erwie ist Ferdifuchs-Würstchen mit seinem Arsch. Was? Nein. Sag's doch nicht laut hier. Ja, das hat er dir im Vertrauen erzählt. Genauso wie ich dir im Vertrauen erzählt hab, da ich mir auch gerne Scythe-Soße in die Harnröhre steckte. Oh, Alter, halt die Fresse, dieses Video-Dingga. Bis heute brennt mir auch der Schwanz, wenn ich mir dran denke. Oh. Und dein Bericht hat erst mal den Strecken. Weil er es dann auch ausgetestet hat. Naja, ich hab's dann nachher ausgetestet. Nur nochmal. Oh, nö. Ganzer Fehler, einmal einfach Drachen-Lord-Pornarbeit zu geben und dann einfach auf Bilder zu gehen. Das Ding ist, ich hab mal, ich hab mal wirklich, ich hab mal die ganzen Videos, hab ich mal alle draufgeklickt von dem, die er da hochgeladen hat. Ey, das ist mir wirklich manche, das ist so... Alle zu Ende guckt. Der hat so ein Bild, der hat so eine Gummipopper, hat der Richtige auf seiner Couch gefickt mit seinem Messiehaus. Ja, 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 genau. Scheiße, nur. Dann, 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 dann hat der die Falschgewohnung, und der hat so drei Minuten komplett verschwitzt, da, hol schon Kippe raus, hat der Trisch übers Leben, so. Hä, ach, lol. Und der hat auch da einmal, da gab es nur, da hat der irgendwie so eine thailändische Frau gefickt, da ist selbst die arme Frau, die wollte, das wird für deutsche Pasta gewesen. Hä, wie heißt, äh, hat der da mit ihr was hochgeladen? Ja, da hat der so eine thailändische Frau gefickt. Achso. Nee, das war eine Note, oder die war für deutsche Pasta, war die bei denen. Oder seine Freundin, von der er immer erzählt. Ja, ja. Kennst du das, wo Drachen-Lord einer einen Heiratsantrag gemacht hat, auf einmal war da... Ja, Erdbärchen, hieß die. Waren die lange zusammen? Na, die haben irgendwie, also sie hat ihm ewig was vorgespielt, und dann hat sie halt ihn abblitzen lassen, ne, als er einen Antrag gemacht hat. Und hat ihm erzählt, was sie von ihm hält. Ja, weil das war voll lange, gell, hat die das auch mal durchgezogen. Ja, hat irgendwie, ja, oder so, gell, das ist krass. Und ständig waren die dann so im Discord oder so. Die haben sich, glaube ich, auch mal getroffen, ich weiß nicht. Boah, das ist aber schon mies eigentlich, muss ich sagen. Naja, klar, gell, da haben damals auch alle Mitleid gehabt. Ich meine, ich mag Drachen-Lord echt nicht. Ich, ich hasse ihn als Mensch, aber das ist ja echt, boah. Sabine, genau. Sabine. So was gab es mal bei Dodi-White-Paint, glaube. Das war so ein Cartoon-Kanal, der jetzt seit vier Jahren schon inaktiv ist. Ja, klar, die Dodi-White-Mann war doch der Typ von, ich bin eine Biene und so. Ja, ja, genau. Ja, mein ich, die Schrimpsons. Oder ich heiße Marvin. Ja. Marvin, Marvin. Hm. Ich bin eine Cannabine. Oh, scheiße. Ja, warte, hier mache ich einen anderen Boten. Ich gehe mal kurz mit meinem Hund, Basti, ich komme gleich wieder. Ja, okay. Ey, Maury, Maury. Ja? Wo ist es? Ich gehe jetzt auf wahrscheinlich, weil ich muss ja morgen Schule und so weiter, ich muss ziemlich früh raus. Ja, okay, na, 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 na. Ich muss eigentlich auch auf. Ja, gute Nacht, bis dann. Ciao. Ciao. Tada, du weißt, was mir hier im Projekt fehlt, oder? Was genau? Nein, aber bitte nicht. Aber, Taro, Lope, Habe, Gibt es nicht? Nein. Ja, ich weiß, du bist. Ja, ich war halt interessiert. Ja, ich bin ganz sicher hier auch. Ja. Ähm, das war Joanna. Minuten kurz dabei am Anfang ich wurde von den Typen da auf die Kielte dann hat der Typ behauptet dich X-Ray das war bei Ramm naja stimmt wo ist dann also angezündet worden und irgendeine Scheiße gebaut Tano glaubst du die haben auch verliehen wenn ich die legit meine also soll ich nicht sehen okay ja Tano wir beide wissen was du mit legit meinen meinst jetzt halt dein Maul und schneide ich dir eigentlich nicht nein kannst du es mir vielleicht sagen nein warum nicht ok aber ich glaube ich beende meine Folge an der Stelle auch schon mal ich werde jetzt zum Stream übergehen damit ich am nächsten bisschen was zeigen kann achso ja wollte es sagen Skywars genau Skywars das Ding ist seine Skyrunden Skywarsrunden sind auch jedes mal so er baut die Kisten komplett ab er baut dich mal rüber und kämpft er baut einfach auf seiner Insel irgendein Haus nein ich grab mich erst mal runter und farm halt mehr Zeug zusammen oder ja Digga du baust Grabout Kohle in Skywars ab ja ja einfach nur so naja nebenbei ich bin Skywars ich bau ne Eisenform naja automatische Weizenform ist immer noch mein Ziel irgendwann schaust du ja klar das einzige was ich mit bei Skywars hier ich kaufe grad mal das MLG-Kit Tano glaub mir spar bisschen Geld und kaufe dir den Gommelser und dann kannst du ne alten Partner ich kauf kaum mehr auf na klar mal eben ne mit ein bisschen Taschengeld geht das ja irgendwann wenn nur noch so wenig Spieler da sind da funktioniert es echt für Premium Lifetime einfach statt 100 Euro 150 Euro easy mit den Fortnite-Dominings kaufe ich den zu hau auf ja 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 wo wo